Willkommen zu einem neuen Video bei Meat & Great. Wir testen heute wieder ein TikTok-Short-Video. Und zwar habe ich gesehen, wie jemand in einen McDonalds-Burger richtig gutes Wagyu-Fleisch reinlegt als Burger-Patties. Und jetzt könnte es sein, dass das entweder echt geil ist oder eine Chantart, wie ich das eher vermute. Und damit ihr so eine Chantart zu Hause nicht ausprobieren müsst, mache ich das heute für euch. Das heißt, wir testen das, ob es sich lohnt, ein Wagyu-Steak, und zwar ein richtig hochwertiges Wagyu-Filet, dafür zu grillen und in den Burger zu legen. Oder ob das eine Verschwendung von solch teurem, hochwertigem Fleisch ist. Denn wir reden hier über einen Kilopreis von locker 400 Euro. All das und noch viel mehr in diesem Video. Los geht's! Wie immer, wenn wir TikTok-Videos testen, schauen wir uns das Video erstmal gemeinsam an und machen es danach nach. Dieses Video hier ist jetzt von Nick D. Giovanni und ich schaue mir das an bei YouTube Shorts. Damit es nicht zu Missverständnissen kommt, YouTube Shorts sind letztendlich die TikTok-Videos, die auf YouTube einfach nochmal veröffentlicht werden. Und da ich kein TikTok habe, gucke ich mir das immer auf YouTube an. Okay, lass uns loslegen. Sehr schönes Stück. Wir scheinen das auch direkt bei McDonald's zuzubereiten, das machen wir heute nicht. Das war Perfektion. Angeblich Perfektion. Kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen. Und deswegen fahren wir jetzt einmal zu McDonald's, holen uns einmal einen richtigen Big Mac und einmal ein Big Mac ohne Fleisch, so wie die das gemacht haben. Kommen hierhin zurück, grillen ein richtig schönes Wagyu-Filet-Steak, denn ich glaube, mit Filet wird es nochmal zarter vom Biss. Und dann werden wir mal vergleichen und ich bin gespannt, was mich da erwartet. Ich würde sagen, wir bestellen jetzt hier einfach mal Big Macs, ganz normale Big Macs. Und zwar einmal mit Normalfleisch, einmal mit Doppelfleisch, weil die Wagyu-Patties werden mit Sicherheit ein bisschen dicker sein als die dünnen Patties hier bei McDonald's. Und dann bestellen wir einmal einen komplett ohne Patties. Ich hoffe, dass das funktioniert. Gut, wir haben alles. Ab nach Hause, angrillt. Zurück vom Einkaufen. Das Wagyu hatte ich schon hier. Unsere Burger haben wir insgesamt jetzt drei Stück geholt. Einmal ohne Fleisch, einmal mit Normalfleisch und einmal mit Doppelfleisch, weil natürlich dieses Wagyu-Filet hier auch eine gewisse Stärke hat. Und damit wir die Burger wirklich fair miteinander vergleichen können, will ich ungefähr dieselbe Menge Fleisch nachher auf dem Burger drauf haben. Wenn wir unsere Macs-Burger jetzt mal auspacken, sehen wir, dass die genauso zusammengelegt sind wie in der Werbung. Nicht? Naja, es ist, wie es ist. Ich würde sagen, wir bereiten jetzt mal unser Wagyu zu auf dem Grill. Ich habe das Filet jetzt einmal in der Mitte zerteilt, damit wir zwei Patties haben. So ein Big Mac hat ja auch zwei Patties normalerweise. Jetzt habe ich hier in die Mitte mal einen Deckel von meinem Dutch Oven reingestellt, damit wir eine Art Pfanne haben. Und nachdem ich die Wespe jetzt verjagt habe, habe ich das mit Fett-Trendspray ein bisschen eingefettet. Und darauf werden wir jetzt richtig gut vorgeheizt hier unsere Burger-Patties geben, sprich unser Wagyu-Filet. Wenn ihr euch fragt, warum ich die nicht grille, ganz einfach, die Burger-Patties von McDonald's sind auch nicht gegrillt, sondern haben eine flächendeckende Kruste, sage ich jetzt mal. Die haben keine wirkliche Kruste, weil so scharf angegrillt oder angebraten sind sie dann doch nicht. Aber auf jeden Fall sind sie flächendeckend gegart. Und das machen wir jetzt mit Wagyu auch. Und das ist auch traditionell so bei Wagyu. Auch wenn das jetzt hier deutsches Wagyu ist, ist es nicht verkehrt, da flächendeckende Röstaromen ranzubringen. Ich flippe die Steaks jetzt hier bis zu einer Kerntemperatur circa von 52 Grad Celsius. Und dann packen wir die Teile auf den Burger und probieren. Leider müsst ihr heute auf den sonst so beliebten Anschnitt verzichten. Dafür gibt es einen Anbiss jetzt gleich im Burger. Wir werden vorher jetzt nochmal unsere Patties, obwohl es ja eigentlich Wagyu Steaks sind, aber wir die heute als Patties verwenden, salzen und pfeffern, damit die auch Geschmack haben im Vergleich zum McDonald's Burger. Sonst macht vielleicht nachher die Würze nochmal was aus, wenn man jetzt gleich probiert. Und dann bin ich echt gespannt. Ich muss sagen, ich habe richtig Hunger. Ich habe nicht gefrühstückt und ich werde alle drei Burger gleich verputzen, weil sonst ist das hier keiner. Und damit es nicht weggeschmissen wird, muss ich die alle drei essen. Und dann kann ich euch auch wirklich ein Fazit geben, ob sich das jetzt hier gelohnt hat, weil wir haben jetzt hier circa 100 Euro Fleisch liegen. Und die packen wir jetzt hier auf einen kleinen McDonald's Burger. Unser finaler Wagyu Burger ist fertig und die anderen im Vergleich. Ich würde sagen, einfach um einen Vergleich zu haben, probiere ich den normalen Big Mac mit normaler Fleischmenge. Und dann schauen wir mal, wie der Wagyu Burger im Vergleich schmeckt. Auf euch. Lang nicht gegessen. Und das sage ich jetzt nicht so daher, sondern ist tatsächlich so. Ist auch nicht so besonders ästhetisch, so ein Big Mac zu essen. Ja, was soll ich sagen? Ist ein McDonald's Burger. Vom Geschmack her kennt man das. Ist natürlich jetzt schon ein bisschen abgekühlt. Und die Burgerbrötchen sind weich und fluffig. Allerdings so ein Ticken trockener, als wenn man jetzt selber richtig geile Brötchen macht natürlich. Oder wenn man sich, verlinke ich euch unten in der Beschreibung, Burgerbrötchen besorgt, die extra dafür gemacht sind. Ansonsten von der Soße halt der klassische Big Mac Geschmack. Und jetzt nehmen wir mal im Vergleich das Wagyu Fleisch. Das Fleisch ist Endlevel. Das weiß ich, das kennt ihr. Ich verlinke euch das unten in der Beschreibung. Ihr wisst, mittlerweile vertreiben wir das Fleisch selbst, weil ich davon absolut überzeugt bin. Der Burger ist viel größer. Das wird noch umständlicher, das zu essen. Aber ob das miteinander harmoniert, ich bezweifle es noch. Zart wird es sein. Es ist Wagyu-Filet. Zarter geht es nicht wirklich. Außer vielleicht Kobe-Filet. Aber das hier ist schon für deutsche Fleischqualität das Beste, was man bekommen kann. Also, auf euch! Also, geht durch wie Butter. Das Fleisch ist fantastisch. Aber direkt. Was soll der Rest? Das Fleisch ist genial, aber der Rest? Nee, das passt gar nicht. Saure Gurken zu so einem Steak? Nee, tut mir leid. Das Fleisch, das Steak, das sollte man so essen. Das sollte man im Idealfall gegrillt haben. Auf einer Kerntemperatur von 52 Grad ist richtig. Aber ohne Soße, ohne saure Gurken und auch ohne Brötchen. Vielleicht knuspriges, schönes Brot. Vielleicht noch mit einer Knoblauchbutter. Wenn man das unbedingt haben muss. Aber ansonsten nichts. Nichtsdestotrotz werde ich den jetzt aufessen. Allein wegen des Fleisches. Aber in einem Burger hat das gar nichts zu suchen. Von wegen Perfektion. Das ist einfach... Damit tun wir dem Fleisch ganz großes Unrecht. Einen Vergleich haben wir ja noch offen. Aber ich verspreche mir wirklich gar nichts mehr davon. Weil man sollte denken, das passt halbwegs wenigstens. Weil es ist ja auch Rindfleisch. Aber der Geschmack ist ein so vollkommen unterschiedlicher. Es passt wirklich gar nicht. Es könnte nicht unstimmiger sein zu dieser Soße vom Big Mac. Da helfen auch hier zwei Patties nicht, um die Fleischmenge auszugleichen. Aber für die Wissenschaft auf euch. Wobei ich hier sagen muss, jetzt, nachdem ich den Veggie-Burger gegessen habe, fällt auf, wie trocken das Fleisch ist. Das sind Weltenunterschied. Also der ist viel saftiger. Aber das Fleisch ist trocken. Ist mir eben gar nicht so sehr aufgefallen. Hier vielleicht, weil es jetzt mehr Fleisch ist. Aber im direkten Vergleich zum Veggie ist das richtig trockenes Fleisch. Ja, es gibt deutlich bessere Burger als McDonald's Burger. Und wenn ihr Bock habt auf geile Burger-Rezepte, machen wir mal eins. Abonniert den Kanal und dann verpasst ihr das nicht. Und dann zeige ich euch einfach mal so drei bis vier Burger-Rezepte in einem Video, die wirklich fantastisch sind. Zum Abschluss des Burgers und des Videos möchte ich sagen, was auf TikTok erzählt wird, ist tatsächlich in den meisten Fällen Quatsch. Und wir werden in dieser Videoreihe dem Ganzen noch weiter auf den Grund gehen und aufklären, was funktioniert wirklich und wo erzählen die Leute euch einen vom Pferd. Wenn euch diese Videos interessieren, schaut einmal in die Playlist. Es gibt schon ein paar Videos in der Videoreihe und es werden noch weitere Folgen. Wenn ihr die nicht verpassen wollt, Abo dalassen. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben dalassen. Und ansonsten schreibt mir gerne einen netten Kommentar. Kommt zu uns in die Facebook-Gruppe Die Grill Community, die harmonischste Facebook-Gruppe, die ich kenne. Und wenn ihr Bock habt, von unseren geilen Projekten hier im Hintergrund was mitzubekommen, dann folgt uns auch auf Instagram. In diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.